Untertitelung des ZDF, 2020 In jungen Jahren hielt ich Geld für das Wichtigste im Leben. Jetzt, da ich alt bin, weiß ich, dass es das ist. Oscar Wilde Prolog Die Nachtluft war beißend kalt. Was die junge Frau mit dem blauen Titan-Nasenring jedoch überhaupt nicht wahrnahm. Als sie die kleine Lichtung im Wald erreichte, schaltete sie ihre Taschenlampe aus und blieb regungslos stehen. Angespannt hielt sie Ausschau und wartete ab. Dann. Ein schwacher Lichtstrahl in der Ferne, der sich ihr näherte. Jemand anders mit einer Taschenlampe. Sie trat einen Schritt zurück und versteckte sich hinter einem dicken Baumstamm. Wenige Momente später betrat ein alter, weißhaariger Mann die Lichtung. Er legte seine Taschenlampe hin, breitete die Arme weit aus, holte tief Luft und begann so leise zu sprechen, dass die junge Frau nur einzelne Satzfragmente verstand. Das Wissen um Gerechtigkeit. Die Liebe zur Gerechtigkeit. Die Liebe zu unserer Mutter Erde. Als er fertig zu sein schien, kam sie aus ihrem Versteck hervor. Hallo, ich war vor dir hier. Er keuchte alarmiert auf und griff nach seiner Taschenlampe, um sie anzuleuchten. Ach, du bist es. Du hast mich erschreckt. Tut mir leid. Ich war mir nicht gleich sicher, dass du es bist. Und als ich dich erkannt habe und etwas sagen wollte, da wollte ich dich nicht unterbrechen. Es war bloß ein kurzes Gebet. Aber warum in aller Welt stehst du hier im Dunkeln? Hast du deine Taschenlampe vergessen? Sie zog ihre Lampe aus der Jackentasche und schaltete sie ein, woraufhin die Äste der Bäume merkwürdige Schatten auf die beiden warfen. Ich wollte nicht gut sichtbar sein, solange ich nicht wusste, wer es ist. Du hättest ein Spion sein können. Ein Spion? Er klang verblüfft. Du liest so viele Thriller. Sie war verärgert. Nur weil die anderen so viel älter waren, musste man sie nicht gleich wie ein Kind behandeln. Wir können gar nicht vorsichtig genug sein. Wir sind sehr vorsichtig. Deshalb treffen wir uns in Wiltshire Woods, wenn alle anderen schlafen. Zwei weitere Lampenstrahlen bewegten sich schwankend durch den Wald auf sie zu. »Halt! Fester!« rief der Weißhaarge leise. »Ich hoffe, ihr wisst das Passwort noch. Diese junge Dame dachte, ich wäre ein Spion.« Zwei Männer kamen auf die Lichtung. Der erste war groß, munter und stämmig, mit einem buschigen, schwarzen Bart. Der zweite schmaler und nervös. Trotz seines dicken Parkas bibberte er. Der Bärtige grinste die junge Frau an. »Du meine Güte!« sagte er mit einer tiefen Brummstimme. »Ein Spion! Was hättest du denn dann gemacht, hm?« »Ihm mit meiner Taschenlampe auf den Kopf geschlagen,« antwortete sie. Das Grinsen erstarb. »Sag so etwas bitte nicht mal im Scherz!« Sie verspürte den Wunsch darauf, zu erwidern, dass sie nicht scherzte. Als hätte er ihre Gedanken gelesen, erklärte er, »Es wird definitiv keine Gewalt geben.« »Wir können noch keine Entführung ohne ein bisschen Gewalt inszenieren,« murmelte sie. Die Männer wechselten Blicke. Dann sagte der Weißhaarige, »Wir sind hier, um den Plan für die Entführung abschließend auszuarbeiten. Soweit es mich betrifft, gibt es zwei klare Ziele. Nämlich, dass wir nicht erwischt werden und dass niemand zu Schaden kommt. Falls du dich nicht verpflichten kannst, dich an einen solchen Plan zu halten, können wir dich nicht mitmachen lassen.« »Ich habe mehr Recht, mitzumachen als jeder andere von euch,« dachte sie. Laut antwortete sie, »Tut mir leid. Natürlich halte ich mich an dem Plan.« »Versprochen.« Sie fragte sich, ob sie die Finger hinter dem Rücken kreuzen sollte. In einem nahegelegenen Dorf war noch jemand anderes wach, arbeitete in einem verdunkelten Büro an einem Laptop. Auch diese Person plante ein Verbrechen. Doch in diesem Fall stand außer Frage, dass keine Gewalt angewandt wurde. Finger flogen über Tasten, Dateien erschienen und verschwanden wieder. Das hier war ein Fall von Wirtschaftskriminalität. Es war ein herrlicher Sommertag, der Himmel strahlend blau und wolkenlos, und es wehte eine warme Brise, die danach rief, im Garten zu arbeiten oder ein Picknick am Fluß zu machen. Was bedeutete, dass Alfie McAllister allein in Bunburys öffentlicher Bücherei arbeitete und kein einziger Besucher in Sicht war? Nicht einmal Miss Redford-Jones, die das Erdgeschoss ihres weitläufigen Herrenhauses für die Bibliothek zur Verfügung stellte, war hier. Sie hatte Mr. Harper einbestellt, damit er sie in seinem silbernen Fort Mondeo zum nächsten Gartencenter chauffierte. Die Bibliothekarin Gwendolyn hielt einen Vortrag vor Mitgliedern des örtlichen Women's Institute in einem benachbarten Dorf. Die junge Gottfrau, die von Miss Redford-Jones persönlich als Bibliothekarin eingestellt worden war, hatte anfangs beim bloßen Anblick von Büchern blanke Panik bekommen. Doch inzwischen war sie an ihrem Arbeitsplatz so aufgeblüht, dass sie nun in Schulen und Gemeindegruppen nachgefragt war, um über die Wichtigkeit des Lesens zu sprechen. Alfie war froh über die Ruhe und den Frieden. Er war verdonnert worden, eine Rede zu halten, und allein der Gedanke daran verursachte ihm Kopfschmerzen. Vielleicht würde es helfen, sich einige Notizen zu machen. Er strich das Blatt Papier glatt, das vor ihm auf dem Schreibtisch lag, und todte einen Füllfederhalter hervor. Ihm war vagebewusst gewesen, dass im Dorf mehr als das hiesige El zusammengebraut wurde, doch das hatte er kaum beachtet, denn es ging ständig irgendetwas vor. Bis er den Anruf von Marge Redwood erhalten hatte. Du darfst dich geehrt fühlen, war die alte Dame direkt zum Punkt gekommen. Wie sich herausstellt, bist du ausgewählt worden, eine der... Was? fragte er. Von wem genau? Na, dem Komitee natürlich. Irgendeinem bestimmten Komitee? Um Himmels Willen, Alfie, hör auf, dich dumm zu stellen. Dem Komitee. Marge, ich hab ehrlich keine Ahnung, wovon du sprichst. Von dem Fünffhundertsten selbstverständlich. Fünffhundertster? Wessen Fünffhundertster? Nach einer sehr langen, schockierten Pause war Alfie darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass Bunburys 500-Jahr-Feier anstand, denn das Dorf war 1523 gegründet worden. Und, sagte Marge Bedeutungsschwanger, das Komitee fand, du wärst gut geeignet, die Perspektive eines Außenstehenden zu vermitteln. Eines Außenstehenden? erwiderte Alfie entrüstet. Ich wohne seit über vier Jahren hier. Ja, und du scheinst noch immer nicht viel über den Ort zu wissen, entgegnete Marge verschnupft. Du hast ja nicht einmal von der 500-Jahr-Feier gewusst. Für mich hört es sich so an, als wärst du genau die richtige Wahl. Als er nun in der Bibliothek auf das leere Blatt vor sich starrte, hatte Alfie nicht die leiseste Ahnung, was er in der Rede sagen könnte oder sollte. Er war beinah zufällig in Bunbury gelandet. Seine Tante Augusta, an die er sich kaum erinnerte, hatte ihm in ihrem Testament Windermare Cottage hinterlassen. Und er war von London hierher gezogen, bloß weil er nach dem Tod seiner geliebten Vivien einen Zufluchtsort gebraucht hatte. Doch inzwischen betrachtete er Bunbury als sein Zuhause. Die moderne Londoner Wohnung mit Blick über die Thamesse war lediglich ein Unterschlupf bei seinen gelegentlichen Besuchen in der Hauptstadt. De facto lebte er den Traum, in einem malerischen Dorf, in einer der schönsten Gegenden des Landes, seine Zeit zu verbringen. Mit dem einzigen Manko, abgesehen von seiner Nervosität wegen der Rede, dass er noch immer zutiefst verstört war, weil beide Hollis-Swestern ihn bei unterschiedlichen Anlässen geküsst hatten. Der Kuss von Laura war unerwartet und unerwünscht gewesen. Und nun gab Alfie sein Bestes, ihr aus dem Weg zu gehen, was in einem kleinen Dorf nicht einfach war. Und konnten sie einander auf der Straße nicht ausweichen, gaben sie vor, wegen dringender Angelegenheiten in Eile zu sein und flüchteten sich in kurze Bemerkungen über das Wetter. Dem Himmel sei Dank, dass es nicht regnet. Ja, was für ein Glück. Oder war ein ziemlicher Wolkenbruch heute Morgen. Ja, nicht wahr? Trotzdem, die Gärten konnten es gut gebrauchen. Doch so peinlich so etwas auch war, es reichte an die Erinnerung an Emmas Kuss nicht heran. Nein, an den wollte er wirklich nicht denken. Entschlossen nahm er seinen Füllfederhalter auf und hielt ihn über das Blatt, als könnte das Ding von allein anfangen, die Rede zu schreiben, ohne Zutun von Alfie. Doch nichts geschah. Er stand auf und begann, in dem Raum voller Bücherregale auf- und abzuwandern. Und plötzlich wurde ihm klar, dass die Lösung ihm buchstäblich ins Gesicht schaute. Gwendoline war immerzu bemüht, das Angebot der Bücherei zu erweitern, und kürzlich hatte sie eine Selbsthilfeabteilung eingerichtet, deren Buchrücken mit türkisfarbenen Aufklebern markiert waren. Volltreffer. Dort stand ein Buch über die Kunst des Redens. Alfie nahm es sich und las aufmerksam darin. Nach einer Weile stellte er bei einem Blick auf seine Uhr fest, dass er gleich schließen musste. Und in genau diesem Moment kam Gwendoline herein.